Es ist für mich schon eine enorme Bereicherung, diese Art von Musik auch machen zu dürfen, zu können und eben so unmittelbar mit dieser Musik aufgewachsen zu sein und mit dieser Kultur in Berührung gekommen zu sein. Das natürlich durch meinen Vater, durch meine Familie. Es ist schon eine sehr eigene Mischung, diese Instrumente aus dem Orient zu verbinden mit einem sehr europäischen Instrument, nämlich dem Cello. Ich liebe Cello über alles, aber es ist schön, auch mal was ganz anderes zu machen und diese Welt ist für mich sehr bereichernd. Ich liebe Cello Ich liebe Cello